Moin Leute und herzlich willkommen zurück auf meinen Kanal. Danke, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und heute geht es weiter mit Petro. Ich hoffe, wir bekommen jetzt auch mal die Schrotflinte, weil wir haben die zum ersten Mal gesehen in der letzten Folge. Fast schon am Ende, glaube ich. Die hätte ich auf jeden Fall auch gerne, ne? Das ist keine Frage. Mal schauen. Oh, wir haben hier ein Messer. Alles klar. So, wie machen wir das? Einfach rein hier? Nö. So, wir haben hier ein Messer. Normalerweise. So, wir haben hier ein Messer im Bett. So, ich mache jetzt eine. Es war dann hier��는 ein Messer. So, das kommt ein Messer. Das ist natürlich auch notifiz knife. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war wohl nichts. Was macht er da? Er macht den Zitter all. So, Laser. Bestimmt gefährlich. Ja, hab ich ja gesagt. Hm? Hm? Ja. 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 ja nice ging ja ziemlich schnell endlich ich glaube es wird jetzt gleich richtig lustig ja mega nice ach so Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, fuck. Uh... Ja, wir hatten halt keine Position mehr, ne? Ah, Moment, Moment. Doch, wir haben was aufgesammelt, glaube ich. Ne, tot. Boah, es wäre ziemlich schwierig, dass irgendwie... Achso, wir können doch ausweichen. Ja, können wir, aber das macht überhaupt keinen Sinn. Ne, wir haben... Wir heben uns hier ein wenig auf. Ach, ne, wir haben die ja schon verschossen. Scheiße. Ne, diese Teile, diese Explosionsteile fliegen. Ob ich jetzt abbremse, nach rechts oder nach links. Äh, ich bin so eine Art Magnet. Moment. Das ist halt ein bisschen schwierig, jetzt. Moment. Guck hier. Das geht nicht. Ich habe auch viel zu wenig. Oh, hier haben wir noch Schuss. Das funktioniert nicht. Ich habe auch viel zu wenig. Ja, das war auch voll. Hm. 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 Ja, das ist eine Kernaussage. Ah, wieso, wir können auch springen, wenn ich verstehe, aber ich glaube, das bringt gar nichts. Ne. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Digger, ist das schwer Ja, wir kriegen halt... Wir haben kein Leben, ne? Wir kriegen kein Leben Oh, fuck Das funktioniert so oder so nicht Dass die auch immer direkt zu mir fliegen Macht keinen Sinn Macht keinen Sinn Nichts? Und tot. Ich kann springen, nach rechts, nach links, ausweichen, dies, das, ananas. Und das funktioniert einfach nicht, ne? Ah, die Teile kann ich abschießen. Ja, sag doch das. Ja, das wird aber ziemlich... Okay, 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 okay. Okay. Ja, komm schon. Nein. Oh, Mensch, wir hätten es fast geschafft, Alter. Jetzt schaffen wir das aber richtig. No, 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 no. Ja, nice, endlich. Das war aber auch eine schwere Geburt jetzt, ne? Ich hab gedacht, die Feuerteile, die Granaten, wir nennen das jetzt mal Granaten, könnte man nicht abschießen. Ja gut, haben wir aber trotzdem gut hinbekommen, ne? Gut, Leute, wenn euch das Video gefallen haben sollte, dann lasst wie immer einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Bis dahin. Bis dahin.